Lisa! 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 Jetzt sind wir für halber Silber bestellt, wollen wir mal einschätzen. Ein weiter bisschen tut das nur die zwei, oder? Weil das ist eine Sensation. Kann man den Innspeicher aufdrehen? Ja! Ja, danke. Hinter der Tür, das hat der Brunus aufgelöst gemacht. Oh, oh! Ja, der Tür ist verkehrt. Der Tür ist verkehrt. Was ist denn mit deinem Zwuch gemacht? Wie frisst du denn Lisa? Aber die scheiße riechst, die kleine Lisa! Aber ich hab mich schon an. Ich glaub, den müssen wir sich wollen. Da sieht's auch so. Ah, nein, ist ein Hamster. Da sind's auch wieder hinter den Echsen. Da sind sie drauf. Wommer, will ich mit euch da? Lass uns noch besser. Alles, was du gibst, trägt sie irgendwie. Wommer, Wommer Pode, Wommer, Wommer ... Da, Wommer, 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 Wommer! Na gut, da kann ich ausziehen. Weißt du was? Du musst auf der Donnerinsel ein Wohnpapier mitnehmen. Ja, Pumperl, was ist? Ja, ich muss warten jetzt. Du kannst gehen. Warte ein bisschen, geh mit mit dir. Da bin ich der Fünfer, ne? Wir sind drei, sieben, ne? Achte hast du gesagt. Ja, dann sagst du acht, aber du bist toll für acht, ne? Ja, dann sind wir auf der Grenze, sagst du. Die Toile wird ja hoffentlich auch. Hast du das ihr gesagt? Ja, sie hat ja gewusst, dass die weiß, dass es bestätigt ist, ne? Ja, sicher. Ja, dann sollte ich nicht gehen. Dann müsst ihr mir da was herlegen, dass sie vorbleiben. Schau, die passt auf. Schau, wie lieb. Sie passt auf, dass der Kleine nicht weht wird. Hast du gesehen? Sie jagt dich fort. Nee, ja. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Willst du aufpassen auf die Kleine? Ja. Jetzt zeigt sie, dass sie die Chefin ist. Ja. Hast du gesehen? Du passt auf die Lise auf. Ja, glaub, blind bin ich. So, jetzt geh mit mir anziehen. Und nimm den Kuli Wuli. Erillia! Erillia! Erillie! Erillia! Das ist sehr gut. Erillia! Erillia! Vielen Dank.